Oh, Grundgütiger, da kommt Ungewisses aus dem Himmel auf uns zu. Top 10, Leute! 10 komische Dinge, die vom Himmel gefallen sind, Teil 2. Nummer 10, Spinnen. Stell dir vor, du stehst auf, schaust aus dem Fenster und siehst das. Spinnenweben überdecken die Landschaft, so weit das Auge reicht. Für den einen mag das ein paradiesischer Anblick sein, für andere wie aus einem Horrorfilm. Das Phänomen ist auf Millionen kleine Baldachinspinnen zurückzuführen. Sie springen von hohen Objekten wie Bäumen, um sozusagen das Land zu kolonisieren. Dabei hängen die Spinnen an ihren Netzen wie an einem Fallschirm und lassen sich mithilfe des Flugfadens vom Wind nach oben und wieder nach unten treiben. Dieser Vorgang nennt sich Luftschiffen. Sehr verbreitet ist dieses Phänomen in Australien, aber Arachnophobiker aufgepasst. Auch auf der anderen Seite der Welt, so auch in Deutschland, hat es derartige Phänomene schon gegeben. Nr. 9 Weltraumschrott Vielleicht ist man in so einer Höhle sicher. Jedenfalls füllt sich der Erdorbit bereits seit den ersten Raketenstarts Ende der 50er Jahre mit Weltraumschrott. Über die Jahrzehnte bereitet den Raumfahrtbehörden dieser Kopfschmerzen. Präzise gesagt gibt es um die 500.000 von Menschen verursachte Einzelteile im Bereich von 1 bis 10 Zentimetern, die im Orbit rumfliegen. Dann noch über 23.000 Exemplare, die noch größer sind. Die NASA verfolgt all diese Objekte, die mit der ISS kollidieren oder wieder auf die Erde fallen könnten. Es handelt sich um freiwillig oder wegen defektes, unfreiwillig zurückgelassene Gegenstände. Hinzu kommt das sogenannte Kessler-Syndrom. Dabei geht es um die über 1.000 Satelliten im Weltraum, die miteinander kollidieren könnten und für noch mehr Schrott sorgen könnten. Zum Glück wurde bisher nur ein einziger Mensch von Weltraumschrott getroffen, Lottie Williams. Sie wurde Gott sei Dank nur gestreift und leicht verletzt. Nummer 8. Exkrementum. 2008. Eine Familie in Kanada hört auf einmal ein lautes Bumsen oben unterm Dach ihres Hauses. Als die Feuerwehr eintraf, entdeckten sie drei gefrorene, recht verschmutzt aussehende Stücke. Detaillierte Analysen kamen zu dem Ergebnis, dass folgende Substanzen enthalten waren. Froschschutzmittel, Desinfektionsmittel, Wasser und menschliche Exkremente. Es stellte sich heraus, dass ein Passagierflugzeug etwas vom Toilettentank freigelassen hatte und die Kacke ausgerechnet auf das Haus fiel. Laut Gesetz müssen die Tanks an Bord geleert und gereinigt werden. Doch auf diesem Flug kam es allen Anschein nach durch ein Leck teilweise zu einem Austreten. So, das ist zum Glück so selten, dass die Transportbörde Kanadas nicht einmal Buch darüber führt. Doch es war kein Einzelfall. Eine Frau aus Indien wurde von blauem Eis getroffen und auch hier war leider Kot enthalten. Nummer 7. Blutregen. Was wie ein guter Name für eine Death Battle Band klingt, ist tatsächlich schon mehrmals vorgekommen. Vor allem in Indien und Pakistan. Doch ich muss an dieser Stelle gleich aufklären, es handelt sich nicht um echtes Blut im Regen. Nein, es ist noch interessanter. Man dachte immer, dass es sich um Algen oder Wüstensand handelt. Doch laut MIT Technology Review hat der Physiker Godfrey Lewis entsprechenden Regen aus Indien analysiert und fand heraus, dass es sich um nichts derartiges handelt. Er vermutet, dass die Pigmentierung von einem Kometen kommt, der in der Atmosphäre zerbrach. Soll bedeuten, im Falle Indiens war der Regen sozusagen etwas Außerirdisches. Klingt cool, oder? Nummer 6. Würmer. Eigentlich, so möchte man meinen, halten sich Regenwürmer in der Erde auf. Doch anscheinend sind sie auch im Himmel zu finden. In den letzten Jahren gab es immer mal wieder Berichte von Regenwürmern, die förmlich vom Himmel regneten. Der bekannteste Fall 2015. In diesem Jahr fand der Biologe Karstein Erstad 1000 Exemplare in den Bergen im südlichen Norwegen. Bis zu 20 pro Quadratmeter. Wissenschaftler rätselten und Erstad vermutete zunächst, sie wären ganz normal aus dem Boden hervorgekrochen. Doch das hätten sie wohl kaum lebendig schaffen können durch einen halben Meter Schnee. So glaubte er, es handelte sich um ein seltenes Wetterphänomen. Doch so selten wohl auch nicht, denn es gab ähnliche Berichte aus anderen Teilen Norwegens und auch aus Schweden. Nummer 5. Ein Hundewelpe. Als Kind hast du dir vielleicht so sehr einen Hund gewünscht, dass er dir am liebsten gleich in den Schoß gefallen wäre. Anscheinend kann das Universum manchmal liefern. Oder vielmehr hat hier wohl ein ungeschickter Raubvogel die zentrale Rolle gespielt. Vor den Augen von Taylor Calloway tauchte plötzlich ein Hundewelpe auf. Er war verletzt und konnte nur von oben gekommen sein. Alles sah danach aus, dass ein Falke ihn wohl erbeutet hatte und ihn anscheinend nicht mehr halten konnte. Das Tier war verschmiert, was darauf deuten lässt, dass es wohl vom Schrottplatz in der Nähe aufgegriffen wurde. Taylors Familie entschloss sich, das kleine Tier zu adoptieren. Oma Elaine Bouchard dazu. Wenn Gott einen Welpen vom Himmel wirft, dann muss man ihn behalten. Nummer 4. Gift. Juli 1976. In Seveso, Italien kamen Chemikalien vom Himmel. Doch erst später wurde deutlich, dass der Vorfall alles andere als harmlos war. Einige Wissenschaftler sprachen gar von einer Tschernobyl-ähnlichen Katastrophe. Kinder entwickelten beim Spielen plötzlich Hautläsionen. Es folgten Fälle von Chlorakne, eine Hautkrankheit, die mit hochgiftigem Dioxin in Verbindung gebracht wird. Laut Weltgesundheitsorganisationen gehören Dioxine zu den schlimmsten Schadstoffen, welche auch im Vietnamkrieg als sogenanntes Agent Orange eingesetzt wurden. Es wirkt sich auf Immun- und Nervensystem aus und ist krebserregend. Wie sich herausstellte, gab es im Falle Seveso ein Leck in einem nahegelegenen Chemiewerk. So trat das Dioxin TCDD aus, welches dann auf Seveso und anderen Ortschaften runterregnete. Seither ist das besagte Dioxin auch als Seveso-Gift bekannt. Es gab keine menschlichen Todesopfer, aber für etwa 4% der Tiere im Gebiet endete der Vorfall tödlich. Darüber hinaus wurden viele Pflanzen beschädigt. Nummer 3. Fleisch. 1876. Ein Mann aus Kentucky kontaktierte die New York Times. Fleischstücke würden mal verteilt in seinem Garten liegen. Der Fall ist als großer Fleischregen von Kentucky bekannt. Doch was steckt dahinter? Wieder mal das Universum? Ein Werbegag von KFC? Laut Scientific American komme der mysteriöse Fleischregen womöglich von totem Wild oder Schafen. Jedoch lassen unabhängige Analysen vermuten, dass es sich um Nostalk handelt. Ein Bakterium, das fleischartig aussehen kann, wenn es mit Regen reagiert. Daraus gibt ein Problem. Es war zu jener Zeit klarer Himmel, kein Tropfen Regen war gefallen. Die plausibelste Erklärung ist etwas ekelhaft. Man geht davon aus, dass es sich um Erbrochenes von einem Geier handelt. In Kentucky gibt es da den Rabengeier und den Truthahngeier und diesen bekannt dafür aus strategischen Gründen auch mal zu kotzen. Nummer 2. Fisch. Jedes Jahr gibt es im Kleindorf La Union in Honduras schwere Unwetter, so stark, dass keiner rausgehen will. Ist alles vorbei, so finden die Anwohner hunderte Fische da draußen rumliegen. Da hier viel Armut herrscht, wird der Fischregen mit Begeisterung, Fest und Trommeln angenommen. Es gibt eine Parade und jedes Jahr wird gar eine Miss Fischregen gewählt und gefeiert. Klingt nicht ganz so sexy wie Miss Universe, aber hey. Wo er jetzt genau der Fischregen kommt, ist tatsächlich noch nicht geklärt. Aber man vermutet, dass es auf die Bildung von sogenannten Wasserhosen zurückzuführen ist. So etwas muss man sich wie Tornados auf dem Meer vorstellen, die die Fische dann möglicherweise nach oben schleudern bis hin aufs Land. Die Anwohner hingegen sehen die Sache viel mehr als Handlung Gottes. Und die Nummer 1, ein Mann. London, September 2012. Auf einem Bürgersteig entdeckte man die Leiche eines mysteriösen Mannes. Die Tatsache, dass er dort plötzlich und tot auftauchte, war anders genug für umfangreiche Ermittlungen. Nach monatelangen Anstrengungen konnte man das Opfer als einen gewissen Rosse Matada identifizieren. Ein Einwanderer, der allen Anschein nach aus Mosambik stammte. Doch wie konnte er vom Himmel fallen? Nun, alles sieht danach aus, als wäre er ein blinder Passagier eines British Airways-Flug von Angola nach London gewesen. Er hatte sich höchstwahrscheinlich im Fahrwerk der Boeing versteckt. Und das sollte man auf keinen Fall machen. Er war Temperaturen von um die minus 60 Grad Celsius ausgeliefert. Sauerstoffmangel kam hinzu. So ist er dann höchstwahrscheinlich bewusstlos geworden und dann beim Ausfahren des Fahrwerkes regelrecht rausgeplumpst. Eine echt krasse Geschichte. Habt ihr schon mal etwas beobachtet, das vom Himmel gefallen ist? Sternschnuppen, Feuerbälle, Weltraumschrott oder irgendwelche Tiere? Lasst es mich wissen. Ich habe noch den ersten Teil des Videos verlinkt. Viel Spaß beim Ansehen und auf Wiedersehen!